Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Tage kam von mir ein Restock Video online und ich dachte mir, da es mir heute mal relativ gut geht, also bisher hatte ich noch keine Übelkeitsattacke, dachte ich mir, ich werde euch jetzt einfach mal, weil das hatte ich euch schon mal gesagt, dass ich das machen möchte, werde ich euch auch mal meine anderen Düfte, die noch so von anderen Restocks und so weiter übrig sind, die im Sale sind und so weiter, werde ich euch jetzt nochmal vorstellen, um euch zu zeigen, was habe ich überhaupt noch alles andere in den Shops, weil vielen ist es halt lieber, wenn man halt nochmal so eine Art Eigen-Nasen-Probe von jemandem bekommt. Ja, ich hoffe, ihr vertraut auf meine Nase und ich wünsche euch hiermit viel Spaß bei dem Video. Ja, zum einen beides im Sale. Ich habe hier noch, ja, Brittles in so Melchbags. Zum einen den Jelly Bean und zum anderen den Little Girl. Little Girl ist halt ein superschöner Duft, der mich persönlich an den Schnüren meiner Kindheit erinnert. Deswegen habe ich den Little Girl genannt, weil es mich halt in das kleine Mädchen von früher, an das kleine Mädchen von früher denken lässt. Und Jelly Bean, ja, wer kennt Jelly Beans nicht, ne? Fangen wir an mit Vanilla Patchouli. Leider sind die nicht ganz so hübsch, im Gegenteil. Sehr hässlich, um ehrlich zu sein, aber vom Duft her macht das hier keinen Unterschied. Tatsächlich, hier muss man einfach nur sagen, komm, Augen zum durch. Es ist ein superschöner, also der ist auch sehr beliebt bei denjenigen, die die bisher gekauft haben. Also Vanilla Patchouli ist halt jetzt nicht so, dass ihr denkt, boah, da ist mich erwischt jetzt die fette Friedhofs Patchouli Note. Nein, finde ich überhaupt nicht. Der ist halt einfach nur, ich habe davon auch noch eine Tafel. Ähm, der ist halt einfach nur, ähm, vanillig, ganz, ne, wirklich eine sehr schön weiche Vanille mit, ähm, ich finde da ist irgendwas, da ist schon was Erdiges, aber jetzt nicht dieses Patchouli-mäßiges. Also, ähm, ich könnte den auch umbenennen, aber, ähm, dann würden vielleicht viele sagen, äh, was hast du gemacht, wie heißt, was ist das jetzt und so, ne? Ich habe davon auch noch zwei Waffelherzen, ähm, auch, auch nicht ganz so hübsch, ähm, aber gut, ne, äh, habe ich falsches Wachs gehabt am Anfang, ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ist halt schade drum, ne, aber es, mich erinnert der immer ein bisschen an den My Little Pony Duft von früher. Ja, dann habe ich hier, ähm, Amba Noir, ich zeige euch auch nachher noch, ähm, so Katz und so weiter, ja, aber von Amba Noir habe ich zum Beispiel hier auch genau dasselbe Problem, ne, wie man sieht, ähm, die weißeln ein bisschen, ähm, aber vom Duft her, ich wüsse euch, äh, da ist, da ist, da ist, da, das macht keinen Unterschied. Und dann habe ich hier noch so, naja, wie nennt man diese, so ein, so eine Tafel, so, und ich habe davon auch noch einen Riegel, da schnuppern wir direkt mal dran. Amba Noir ist übrigens einer meiner Lieblings Amba Düften, die ich so habe, da habe ich noch einen Riegel, der ist so geil, aber, und ich hoffe, dass, äh, mein, ähm, Duft, also mein Öldealer, den nochmal bekommt. Ich habe davon noch ein bisschen Öl, aber, äh, äh, maximal für ein, zwei Ries Docks. Ja, ein unglaublich schöner, parfümiger Amba Duft, ich stehe auf diesem Duft. Ja, jetzt kommen wir zum Duft, der ist, ähm, Sale. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, dass ich den überhaupt drin habe. Muss ich, glaube ich, mal mit rübernehmen ins Arbeitszimmer und dann muss ich den mal, äh, machen. Hier ist nämlich auch, auch das Problem mit, ja, ich sag mal, das Wachs ist auch, äh, nicht ganz so schön. Das sind halt meine Älteren, deswegen ist der auch im Sale. Der ist so intensiv, Leute, das ist, ähm, nicht mein Duft, muss ich dazu sagen. Äh, das ist halt ein Cocktail-Duft. Ähm, Alkoholnote? Nee, aber ich finde, der riecht nach Amaretto. Also, meiner ist es nicht, aber ich weiß, dass der richtig, richtig beliebt ist, war, ähm, gerade so, äh, Richtung, Richtung Sommer. So, fanden den voll viele toll und ich denke, den werde ich gleich mal mitnehmen. Ja, und dann habe ich hier noch Warm Chestnuts drin. Mache ich jetzt nicht auf, da kann ich euch nachher was anderes, ich denke, die habe ich nämlich noch Brittles von Warm Chestnuts. Die habe ich noch so einzeln verpackt, weil die Decke, ich hatte die zu voll gegossen, damit die Deckel passen. Ein, ich finde, das ist mein Lieblings Vanilleduft aus meinem, aus meinem Lager hier. Dann habe ich hier noch Schattenspiele und ich glaube, das sind die letzten Tafeln, die ich davon habe. Ähm, ein sehr spezieller Duft. Also, ähm, meiner ist es auch nicht, muss ich dazu sagen, aber er ist sehr speziell. Das ist halt ein, ähm, ich glaube, was war das? Ähm, Orchideen-Duft, schwarze Orchidee oder sowas. Und, ähm, ja, der, 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 der ist wirklich sehr speziell. Ähm, ich habe mich um ehrlich zu sein auch noch nicht getraut, den aus meinem persönlichen, ähm, Vorrat zu düfteln, weil der wirklich sehr präsent ist, der Duft. Der ist herb und leicht blumig und speziell halt, ne. Der ist übrigens auch im Sale, also falls ihr da mal einfach Bock habt, den auszuprobieren, ne, könnt ihr gerne machen. Schattenspiel. Dann habe ich hier, ähm, mein Mr. G, kann ich, äh, achso, das sind, genau, das sind die Brutids. Da habe ich übrigens auch noch Melt Cups von, ähm, Große. Und, ähm, mein Mr. G ist halt der Parfum Dupe zum, ähm, Jopom. Und riecht auch, finde ich, wenn mein Mann trägt das, deswegen mein Mr. G, weil er heißt Guido, ähm, er hat es fast täglich drauf, dieses Parfum. Und ich finde, das ist eins zu eins ein Jop. Dann habe ich hier All or Nothing in einem Neongrün das Herz. Da habe ich noch drei Herzen von. Ähm, All or Nothing, äh, heißt meine Duftreihe, wenn ich, ähm, verschiedene Düfte zusammenmixe, die so nicht, ja, angekommen sind bei euch. Und bevor ich daraus sitzen bleibe, dann mixe ich einfach was zusammen, wo ich denke, ach, das könnte doch hinkommen. Und das ist so geil. Das riecht so zitrig und, boah, ich finde das, ich finde es mega. Also, äh, ich scheiße, dass man, dass ich dem nicht nochmal nachmachen kann, weil, wie gesagt, es ist einfach nur ein Gemix aus Citrus, sage ich jetzt einfach mal. Richtig, richtig toll. Das sind übrigens meine letzten, die ich davon habe. Solltet ihr ausprobieren, wenn ihr auf Citrus-Düfte steht. Dann habe ich hier einen, der ist auch Spohn im Sale, obwohl ich den noch gar nicht so lange gegossen habe. Und zwar ist das eins etwas für die Food-Nasen unter euch, ja, ich habe hier übrigens, äh, ausgebessert, das tut mir leid. Äh, French Autumn Toast heißt dieser Duft. Und mein lieber Scholli ist der intensiv. Ich rieche das sogar hier draus. Ähm, es ist halt so ein Pumpkin Waffle Toast Duft. Und, ach, irgendwie, warum mag ich den nicht? Auf einmal gefällt er mir. Oh Gott. Also, die Schwangerschaft macht manchmal Sachen mit mir. Der ist, der riecht total nach Sirup. Aber, ach, da könnte man gerade so mit der Zunge reingehen. Ähm, riecht lecker. Also, könnte man essen, so riecht das gerade tatsächlich. Und dann habe ich noch, ähm, also ich habe die kleinen Waffeln, aber ich habe auch, ähm, ähm, ja, Donuts davon gegossen. Ne, also, da ist halt, ich hatte da wie so eine Art Glasur drüber gemacht, wie man sieht, ne. Ja, sehen auf jeden Fall ganz hübsch aus. Die sind übrigens im Sale. Also, alle Food-Nasen unter euch. Randa. Kann ich auch noch mal nachgießen. Ich habe davon noch Öl. Dann mein heiß geliebtes Eierlikörchen. Weil ich liebe es, ne. Ich kann es euch auch nachher dann halt in groß zeigen, äh, in klein zeigen. Mein Eierlikörchen habe ich definitiv noch... Ach, komm, ich kann jetzt auch bloß aufmachen. Dann muss ich, kann ich euch das zwar noch zeigen, aber, ähm, das wird er nicht... Och. Wirklich, der ist warm. Ist der einfach nur ober... Ober... Geil. Ähm... Wirklich einer meiner Lieblingsdüfte. Und geht nicht nur an Weihnachten. Dann haben wir hier Black Coconut. Das sind übrigens Düfte aus meinem letzten Re-Stock. Das sind die halt doch so übrig geblieben. Da haben wir zum Beispiel so Dreierwäffelchen. Und der Black Coconut, das ist halt, ähm, ja, hatte ich auch schon bei Facebook gesagt. War das Facebook? Ich glaube, ja. Ähm, der ist wirklich schöner als der von Yankee Candle. Aber eine parfümige Kokosnuss. Das muss man halt, ähm, wissen. Aber... Als würdet ihr gerade frisch von einem gut aussehenden Mann die eure Kokosnuss aufschneiden lassen. Ich habe davon noch so kleine Minitafeln. Ne? Und ich glaube, ich habe davon auch genau... Huff, Wollschlein. Ähm, ich habe davon aber auch noch eine Tafel. Kommen wir zu All or Nothing Teil 2. Äh, Volume 2 ist das dann nämlich. Und hierfür solltet ihr definitiv Blumendüfte mögen. Und dann steht ihr voll auf diesem Duft. Ich persönlich fahre ja auch Blumendüfte voll ab. Und da haben wir, ähm, nämlich Riegel habe ich davon gegossen. Weil, wie gesagt, ich hatte so viele Blumendüfte. Und die sind dann irgendwie nicht so angekommen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann mach nochmal einen All or Nothing Duft. Und das ist halt wirklich ein Blumenladen pur, dieser Duft. Ja, also mega krass. Aber dafür müsste ich auch noch eine Tafel haben. Ich guck mal. Genau. Ich habe davon noch so einen Mega-Oschi. Einer Herztafel. Also wenn ihr blumig unterwegs seid, solltet ihr euch den nicht entgehen lassen, ne? Ich habe hier, ist da wirklich das? Ja, tatsächlich, ich hatte euch im letzten Restock das schon gezeigt. Hier ist noch ein Kaffeeriegel. Den könnte ich, ja, lassen wir einfach hier drin. Einen Kaffeeriegel habe ich hier noch. Noch ein Kaffeeriegel. Ich habe aber auch noch das fluffige Wölkchen. Diese hier, weil die nicht ganz so hübsch aussehen, sind übrigens im Sale drin. Das fluffige Wölkchen, du kannst aber das ganze Jahr über düfteln. Wie gesagt, das ist hier nur Optik, weil ich das reduziert habe. Ist ein Marshmallow-Duft, der, ja, also geräucherte Marshmallows. Ist noch richtig toll. Und dann habe ich hier noch ein paar Santa's Cookies. Die sind halt aufgrund des Namens, ne, sind die halt reduziert. Ja, ist halt ein sehr, sehr würziger Weihnachtskeksduft. Meiner ist es nicht. Der ist mir tatsächlich zu würzig. Aber, ja, ist im Sale. Könntet ihr ja mal schauen, wenn ihr Bock habt. Dann haben wir hier Vanilla Dream. Da habe ich zum Beispiel so, ja, diese, äh, Herzchen. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ich habe Riegel davon. Und der kommt mir schon entgegen. Es ist ein richtig schöner Vanilleduft mit Jasmin-Einschlag. Also, ein, ja, man kann ihn eigentlich auch, ähm, Vanilla Jasmin oder Jasmin Vanilla nennen. Also, ich habe ihn aber Vanilla Dream genannt. So, kommen wir zu Agrabah. Ich habe von Agrabah Tafeln. Agrabah ist so ein geiler Duft. Der kommt mir schon auch wieder hier entgegen. Ich habe davon Riegel. Relativ dünn. Also, demnach auch nicht. Dankeschön. Preisintensiv. Also, ich muss jetzt auch so sagen, ich finde meine Düfte eh nicht preisintensiv. Ne, aber gut. Ähm, und dann noch Brittles habe ich davon noch. Und, ähm, Agrabah ist halt ein Duft wie in Tausend eine Nacht. Agrabah, wer kennt Agrabah von Aladin nicht, ne? Ein, boah, so ein warmer Sandelholzduft. Parfümig dabei. Ich finde den mega. Die rauchige Vanille. Ich weiß nicht, warum ich davon noch so viel habe. Scheint wohl nicht so beliebt zu sein. Aber ich stehe drauf. Ich habe den auch letztens noch angehabt hier bei mir. Ich habe hier Dreierwaffeln von. Ich habe davon auch Riegel. Müsste ich vielleicht mal gucken. Die Dreierwaffeln. Ja, leicht. Also, es ist schon rauchig. Aber es ist halt schön vanillig. Also, tatsächlich, für alle, die nicht so diese mega fetten, rauchigen Düfte mögen, richtig gut. Weil der halt einfach schön abgeschwächt ist, ne? Ich habe davon. Viererwaffeln. So, Viererwaffeln. Habe ich davon, ah, ich glaube, Riegel habe ich davon keine mehr oder gehabt. Nö. Dann, die verlockende Birne. Und den finde ich ja großartig. Da weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, warum der nicht sofort ausverkauft war. Ja gut, wisst ihr ja nicht, dass der so gut ist. Ich habe davon übrigens auch Kaps, ne? Ich habe davon, ähm, kleine, äh, so Teefelschen zum Testen. Ich habe davon auch noch... Komm, die Hufel legen, lasse ich direkt mal raus und schnuppern für euch. Ähm, ich habe davon... Mini-Herztafeln. Und noch einen Riegel habe ich davon auch noch. Und wie gesagt, Kaps, ne? Aber, äh, ich habe mir das Öl nochmal bestellt, weil ich den Duft einfach so mega geil finde. Also, ich hätte niemals gedacht, dass Birnenduftöl so super riecht. Das ist halt was Birniges, aber eine süße Birne, keine saure. Mit irgendwas Blumigem. Wunderschön. Wunderschön. So, machen wir weiter mit Library. Library. Und mein Akku geht gleich leer, muss ich auch fassen. Ähm, ja. Library habe ich als Kaps noch. Ich habe davon aber auch noch Riegel. Ein sehr schöner Duft nach antiken Möbeln, in Leder gebundenen Büchern. Finde ich super. Komm, mach nochmal ein bisschen her. Ja, also ich finde den echt sehr speziell toll, aber... Noch ein Duft, glaube ich, und dann gehe ich mal ein neues Akku holen. Ja, hier haben wir wieder verschiedene Sachen drin, in dieser Box hier. Zum einen haben wir hier noch, das sind übrigens alles deduzierte Düfte, glaube ich. Ähm, Brittles von Sunnyviews, ist übrigens ein Duft nach wirklichen wunderschönen Gartenduft, wo viele Blümchen blühen. Dann haben wir hier noch Wildflower Pearls, ein sehr beliebter Wächeduft von Lenore übrigens. Ähm, ich habe noch ein bisschen Reindeer Sniff. Die sind auch reduziert. Ist ein Duft nach Tannenzapfen mit Honig. Ich finde den auch super. Mein Mann mag den auch sehr. Ja, ich finde den super. Also, da habe ich übrigens auch noch, ähm, zweimal so Waffeln von. Wie gesagt, in Sale. Ähm, ich habe noch Summer, ja gut, den habe ich auch noch, ja, muss ich ja nachher nicht zeigen. Ich habe Summer Breeze Pearls. Schaut so aus. Ist auch ein Lenore Duft. Ja, alles schön, diese Weihspüler Düfte, ne, wenn man auf sowas steht. Ist allerdings nicht reduziert. Äh, und das ist auch noch Summer Breeze Pearls, aber, ähm, drei kleine Herzchen. Und da muss ich auch mal gucken, ob ich den im Shop habe. Ja, machen wir weiter mit. Da sind, glaube ich, zwei drin. Ja, genau, hier sind zwei verschiedene drin. Zum einen die Kuri-Gesünde. Auch am Anfang doch relativ beliebt, übrigens, und dann irgendwann nachgelassen oder so. Ähm, aber wenn ihr Macaron-Treats von Yankee-Camp, Yankee-Camp kennt, solltet ihr den mal ausprobieren. Macaron-Treats gibt es ja nicht mehr, aber das ist halt ein supergeiler Pistazien-Kuchenduft, ist das eigentlich. Aber, ähm, tatsächlich finde ich, dass der mich sehr, 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 sehr stark an Macaron-Treats erinnert. Und dann haben wir hier noch, ähm, Tafeln von Vanilla, äh, Creme Vanille. Haben wir hier noch. Einmal sieht sie so aus, einmal so. Die Farben von den Tafeln, die sind halt immer wieder so, dass die sich, äh, ja, irgendwann verabschieden sich die Farben. Ähm, vielleicht sollte ich mal andere Farben kaufen oder sowas. Ähm, manche Farben sind ganz gut, manche halten das schön, manche sind nicht so gut. Aber, ähm, ja, muss ich, ich bin mich da noch am austesten. Ähm, ja, Creme Vanille ist halt ein, äh, ich finde, wie, der riecht wie ein warmer Vanille-Pudding. Also, wer auf Vanille-Düfte steht, wird da mit Sicherheit seine Freude dran haben. Dann haben wir wieder einen Duft, der auch reduziert ist und, äh, da kann ich, wenn ich die aufmache, boah, der ist so intensiv, Leute. Also, ähm, Kakao-Fans unter euch sollten hier zuschlagen. Äh, das ist der Christmas Cup. Da habe ich zum Beispiel Brittles nämlich von und, äh, der ist sowas von intensiv. Ähm, er riecht einfach nach einem, ähm, ähm, boah, Kakao mit so einer Minzstange. Wirklich, ich schwöre es euch, genau so. Mehr braucht man da gar nicht zu erklären. Als hättet ihr eine Zuckerstange in eurem Kakao mit Sahne und ihr rührt das. So riecht das. Und, äh, ich habe davon auch noch, äh, eine Tafel, aber ich habe davon auch noch Riegel. Kauf sie! Nee, also wirklich, wenn, wenn ihr auch so, äh, und vor allen Dingen, ich riechte auch kein Muff oder sowas, ne? Ich habe das oft bei Schokoladendüften, dass ich da tatsächlich so einen Muff-Geruch habe. Aber der hier, ihr solltet den mal ausprobieren. Wenn ihr auf so diese After-Age-Gerüche steht, ja, dann ist der voll was. Aber der ist schokoladiger. Definitiv Kakao-lastiger. Dann habe ich hier wieder einer, der ist reduziert. Und zwar ist das so Perfect Love. Da ist ja, äh, Mrs. Moneypenny und, ähm, 007 drin. Äh, sind beides Parfüm-Dupes. Ähm, hier ist zum Beispiel so ein Thema, weil ich hatte das eben schon in meinem Mühlstock-Video angekündigt. Ähm, bei manchen Sachen, da mache ich so Special-Sachen und die gehen ratzfatz weg. Und bei manchen bleibe ich halt drauf sitzen. Deswegen möchte ich eigentlich nicht mehr so diese Massen machen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich halt ja noch nicht ganz so großen Kundenstamm habe. Genauso ergeht es nämlich mir mit der, ähm, Gentleman's Lounge. Da ist nämlich drin, ähm, Eimathose. Ach so, übrigens, ähm, The Perfect Love ist Lady Million. Und, ähm, One Million übrigens. Ein Matrose von der Gentleman's Lounge ist, ähm, Le Mai. Mein Mr. G ist, ähm, das Jopom. Und Passwort ist Amani Code. Ich habe auch noch, das zeige ich euch gleich noch, äh, den Mädelsabend. Der ist besser weggegangen. Obwohl ich eigentlich vermutet habe, dass die Männer dürfte besser weggehen. Aber gut. Ähm, so, dann habe ich noch Lavendelbrise. Meine Lavendeldüfte sind relativ gut weggegangen. Aber ein paar Sachen habe ich davon noch. Und zwar zum einen, ähm, ja, so Riegel. Schnuppern wir mal eben dran. Ah, ich finde den schön. Hat was tatsächlich von frischer Wäsche. Ja, ähm, ja, ich habe davon auch noch Tafeln. Guck, ich habe davon auch noch Tafeln. Richtig toller Lavendel, krautiger Lavendeldüft. Aus dem letzten Restock, wo meine ganzen Lavendeldüfte da waren. Ja, äh, der ist nicht reduziert. Ähm, und zwar Kirschcola. Ähm, da, wenn ich daran rieche, dass es, boah, das ist so intensiv, ähm, Kindheit pur. Ihr riecht hier tatsächlich eine leichte Amaretto-Note. Nicht, dass ich das Kind Amaretto getrunken hätte, ne. Aber, ähm, ist ja oft in diesen Aromen drin, ne. Und ich habe davon auch noch, ähm, ja, kleine Wäffelchen. Riegel sind davon aber allerdings alle weg. Ja, dann habe ich hier wieder einen Duft. Was ist denn da draußen los? Ich habe hier noch einen Duft, der ist reduziert. Und das ist gar nicht meins. Das ist die heiße Marone. Also ein Kastanien, ein gerösteter Kastanienduft. Ja, so kannst du das sehen. Ja, also, ähm, die Brittle sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ähm, ja, geröstete, äh, Marshmallows wollte ich schon sagen. Geröstete, ähm, Kastanien. Da habe ich Brittles von. Aber ich habe hier auch noch, was ist das? Ach, guck mal hier. Ich glaube, die habe ich, äh, gar nicht mehr im Shop. Muss ich auch noch eintragen. Ähm, die habe ich dann nicht auch noch. Machen wir weiter mit Feel Good Moments. Ja, von Feel Good Moments habe ich nur Riegel. Ich hatte davon, äh, zuletzt auch noch Waffelherzen. Aber mittlerweile habe ich im Moment nur Riegel davon. Das ist halt, ähm, ein Kaschmierduft. Ja, ein sehr intensiver Kaschmierduft, finde ich. Sehr moschuslastig, ne, also, ja, so schaut er aus. Habe ich noch genug von da. Aber ist ein sehr beliebter Duft, deswegen gieße ich den immer wieder mal. Vanilla Chestnuts, hatte ich euch ja eben gesagt, dass ich davon ja auch noch Brittles habe. Ich hoffe, dass ich jetzt hier aus den Brittles gestoßen bin. Ja. Da habe ich noch Cups und Brittles hier drin. Ne? Und, wie gesagt, mein Lieblingsvanilleduft von mir. Ja, ich finde den schön. Ein sehr, sehr schöner, ähm, Vanilleduft. Ich wiederhole mich. Hier mal, glaube ich, verschiedene Sachen drin in dieser Box. Noch ein Luxusleinen-Lolli. Das ist der einzige, den ich im Moment habe. Ich muss mal gucken, wenn ich, also ich werde das definitiv noch mal nachgießen. Dann haben wir hier noch, habe ich auch einen Cut noch von, werde ich euch gleich zeigen. Opas Lieblingssessel, beziehungsweise kann ich ja auch jetzt, ne, ich mache doch die ganze Zeit die Dinge auf. Opas Lieblingssessel. Ja, ist halt ein Duft, finde ich, nach Wildleder. Es riecht auf jeden Fall, äh, nach schönem alten Knautscheleder. Dann haben wir noch hier. Ich habe, letztens habe ich die Tafel gesucht, hab dann halt, ähm, ja, Mist. Ich habe die tatsächlich letztens gesucht und hab dann halt nämlich was anderes ins Paket reingelegt. Und zwar haben wir hier nämlich noch eine Kokoloko-Tafel. Ah, das ist ärgerlich. Aber ich habe ihr dafür auch was anderes noch geschickt und so. Aber, na toll. Also, kann ich auch wieder im Shop reintun. Ah, Mann, oh. Aber was ich sagen wollte, also Kokoloko ist übrigens auch ein sehr krasser, ähm, kokoslastiger, ähm, Cocktailduft. Ja, und dann habe ich hier noch Stuarts Banana Cream. Stuart ist übrigens ein Minion, ne, Stuart. Ähm, der steht total auf Bananen. Und darum habe ich diesen Bananen-Luft. Der ist wirklich sehr krass bananig. Ähm, also Stuart wird voll drauf abfahren. Ähm, habe ich halt so genannt. Ähm, wer auf Bananen-Luft steht, sollte sich diesen hier tatsächlich mal rein, ja, antun. Definitiv. Hier habe ich noch Cups von Opas Lieblingssessel. Ach, die kann ich euch ja zeigen. Cups von Opas Lieblingssessel. Dann haben wir hier noch das Little Girl. Das hatte ich euch ja ganz am Anfang als Meltback gezeigt. Äh, da habe ich noch, ähm, ein Tütchen mit, ähm, Herzchen. Ich wurde jetzt auch reduziert. Ja, wie gesagt, ist total Kindheit für mich. Total nach fruchtigen Schnüren. Ja, dann haben wir hier wieder ein bisschen was Lavendeliges aus meinem letzten Restock. So, zum einen haben wir hier zwei Schlafguttafeln, habe ich noch. Schlafgut kann ich euch gleich anhand von Riegeln mal beschnuppern. Und ich habe auch, da kann man hier noch genau, zweimal, auch zwei Tafeln Lavendel, Lavendelwut. Also ein Lavendel, krautig Lavendel mit, äh, Sandelholz, Sandelwood gemischt. So, da kann ich euch jetzt mal direkt sagen, Lavendel, ne, habe ich jetzt Riegel, habe ich noch was. Der ist sehr beliebt. War letzten Monat quasi eine Nachgießung. Ja, und sehr krautig, sehr Sandelholz mäßig. Aber nicht warm, eher in die kühle Schiene geht das. Ja. Ja, ihr steht voll auf den Duft. Ihr habt mich da tatsächlich sehr schnell leer gekauft. Dann habe ich ihn nachgegossen und jetzt habe ich noch so vereinzelte Sachen. Ja, Schlafgut ist auch eine Nachgießung von mir. Den hatte ich auch schon mal. Ähm, schaut in dem Falle so aus. Ist halt, ähm, war schon noch am Schnuppern. Ha, ja. Also der ist eher Wäscheduft mit einem Hauch Lavendel. Da ist die Lavendel jetzt nicht im Vordergrund, auch wenn hier Lavendelkörner drin sind, äh, Kraut. Ähm, hier ist tatsächlich der Wäscheduft im Vordergrund, aber mit einer Spur Lavendel. Ja, dann haben wir hier noch einen Tannennadel-Duft. Also ich finde Tannennadel-Düfte für mich persönlich, ich habe ja auch immer schon gesagt, ist nicht, nicht für Weihnachten, also nicht nur was für Weihnachten, das kann ich das ganze Jahr über düfteln. Da habe ich übrigens, äh, Waffelherzen. Und ich habe davon auch noch Riegel. Und das ist ein schöner Tannenbaum-Duft, das sage ich euch. Also, so. Ja, sehr, ach, ich finde, der hat auch was Minziges, was Kühles, was, ach, ich finde den großartig und frage mich eigentlich, warum ich den noch habe. So, dann haben wir hier, ähm, meine Etiketten, die, ich weiß auch nicht, ich, ich habe wirklich die teuren von Avery heißen die, glaube ich. Aber irgendwie kleben die nicht richtig. Naja, ich weiß nicht, was die anderen für Etiketten nehmen. Äh, Blazing Fireplace, habe ich auch noch als Cup. Ähm, ist halt ein schöner, äh, rauchiger, also knisternder Kaminfeuer, nennt man das, ja? Und so riecht das tatsächlich. Also, immer wenn ich mit meinem Mann abends, hier gehe ich im Moment mal spazieren draußen, dann kommt uns überall dieser Geruch entgegen. Und ich finde den toll. Auch sehr authentisch, nichts, äh, nichts Erschlagendes wie, ich hatte mal einen anderen rauchigen Duft entgegen, in meiner Nase gar nicht. Und dann hatte ich hier noch Twilight Woods. Habe ich übrigens, äh, mit Tesafilm festgeklebt, weil, ja, die Etiketten halt losgegangen sind, ne? Und Twilight Woods ist so schön. Ein sehr schöner, morschusartiger, kuscheliger, leicht waldiger Duft. Also, hat für mich auch ein bisschen so ein Spa-Moment. Ich finde den große Klasse. Ja, dann haben wir hier noch Kokoloko. Nein, doch, genau, Kokoloko, wo ich eben schon erzählt habe, dass der so nach, äh, ja, Cocktail riecht, ne? Davon habe ich halt noch, äh, abgesehen von der Tafel, habe ich noch einen Kringel. Ich glaube, da habe ich nur noch Kringel, ähm, Kokoloko mal eben. Nein, ich habe davon auch noch einen Riegel. Ist übrigens ein reduzierter Duft. So viel zum Thema nur noch Kringel. Okay, ich habe davon noch Waffelherzen. Ne, also ein sehr beliebter Duft, aber nicht bei mir. Ich mag ihn nicht, er ist wirklich sehr intensiv und erschlägt mich, um ehrlich zu sein, ein wenig. Ähm, ja, dann haben wir hier Bubblegum ebenfalls reduziert. Da habe ich auch, äh, so Lollis. Ich habe so ein, so ein, so ein Drittel Tafel. Das hatte ich mal, ähm, ja, geteilt, weil, äh, mir ist die Tafel gebrochen. Da habe ich gedacht, hier komm, dann mache ich halt da drei Stücke draus, ne? Ich habe davon einen Kringel. Übrigens, die, äh, Farben sind hier zum Beispiel deswegen auch reduziert, haben sich schon, ähm, ja, ineinander vermischt. Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt halt, äh, qualitativ schöne, dass man die halt einem Ton schön gießen kann. Aber ich habe halt mittlerweile auch bei, äh, größeren Herstellern kaufe ich meine Farben und dann geht das ein bisschen schöner. Ich habe, äh, Brittles, weil in dem Shop ist ja noch weiß mit, äh, drin. Oh, und ich finde den Duft schön. Das ist halt, ähm, kennt ihr das Wigglies Extra Kaugummi für Kinder? Genau so riecht das. Meine Schwester, die hat das nämlich gekaut bis Sonnendlichkeit. Deswegen weiß ich das nämlich. Und sie hat auch zu mir gesagt, das riecht genauso. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben noch ein Waffelherd, das haben wir auch noch von Bubblegum. Ähm, wir haben hier nochmal einen Kringel und wir haben, ich habe hier so, ähm, wie so lecker Tütchen. Ne? Haben wir davon noch. Alles reduziert. Mädels und Chattelman. Dann haben wir hier nochmal diese heiße Marone. Ist das richtig, wenn ich hier sehe? Ja, die heiße Marone, habe ich euch ja eben erzählt, ne? Ähm, ja, dieser Kastanien-Duft. Habe ich auch noch Riegel von. Ja, das ist ein Riegel. So, dann habe ich hier, ähm, was Reduziertes wieder. Und zwar zum einen den Rosentraum. Der Rosentraum, das ist halt wirklich wie ein Rosenbouquet. Och, ganz viele, ganz viele verschiedene Rosen habt ihr hier. Mega gut. Mag ich. Ähm, dann haben wir hier nochmal Rosentraum. Das sind, äh, das sind so Vierer. Ne, aber reduziert, weil ich glaube, vier Monate ist es her, dass ich die gegossen habe. Und dann möchte ich die halt für euch im Sale raushauen. Wobei die natürlich noch lange, äh, duften. Aber trotzdem einfach raus, damit es halt, damit ich Platz für weitere Düfte habe, ne? Ja, und dann haben wir hier noch Candy Cane. Zum Beispiel ein, ja, Baumanhänger. Ne, der ist halt reduziert, weil Weihnachten, ne? Aber es ist halt ein, ähm, ja, Zuckerstangenduft. Und viele mögen sowas ja auch jetzt noch. Also wer sowas jetzt noch mag, könnte gerne, ähm, meine letzten zwei Hängerchen verkaufen. Black Vanilla. Ja, Black Vanilla ist einer der Düfte, der, ähm, super beliebt ist. Da habe ich zum Beispiel Riegel. Aber der ist auch mal mega. Das ist halt ein maskuliner, also ein richtig geiles Männerparfum. Also richtig edel. Aber auf die vanillige Schiene. Richtig, richtig gut. Mag ich. Da habe ich noch Riegel. Oh, da geht mir die Tüte kaputt hier. Riegel, Riegel. Tafel und noch eine Tafel. Also ich habe auf jeden Fall noch Tafeln und Riegel davon. So, wieder ein Lavendelduft. Da haben wir den Evening Lavender. Da haben wir tatsächlich auch nur noch Riegel von. Vielleicht auch noch Cups. Das müssen wir dann gleich zusammen gucken. Da weiß ich das jetzt tatsächlich nicht. Ja, aber das ist auch eine schöne, krautige Lavendel. Und dieses, aber da ist was Düsteres, ne? Was Düsteres ist da noch mit drin. Mag ich. Nordlichter. Nordlichter ist so ein schöner, morschusartiger, kuscheliger Duft. Ich weiß nicht, warum der nicht so rückgegangen ist. Jetzt guck mal, ich hab davon nämlich so Milch, also so Breakable Shots, ne? Ich hab davon, was hab ich da, was hab ich noch noch irgendwas von. Die Riegel sind tatsächlich alle weg, sehe ich gerade. Ja. So, diese Breakable Shots, aber ich finde den, ich mag den, ich finde den super. Der ist wirklich schön kuschelig, der hat was leicht fruchtiges. Hm, ich mag das. Aber die Breakable Shots hier sind noch übrig. So, dann haben wir hier zwei Düfte noch drin. Da haben wir einmal Lavender, der ist übrigens reduziert, weil auch ein paar Re-Stops schon her, dass ich den gegossen habe. Und, ähm, das ist halt mein Standard. Lavendel-Duft. Damit mische ich auch viele Lavendel-Düfte, wie zum Beispiel Baby-Powder-Lavender und so weiter, ne? Ja, es sind zwei Herzen, wie gesagt, im Sale. Und dann habe ich hier noch Lonely Night. Der einsame Reiter. Ähm, ist halt, ähm, das Dupe zum, oh Gott, Tom Ford, wann, Tobacco-Vanilla oder so ähnlich, heißt der Duft. Ja, also wenn ihr das, ich kenne das Duft, äh, den Herren Duft nicht, aber ich finde das Duftöl richtig toll. Boah, diese Tabakpflanze mit dieser Vanillenote. Und dann sind da noch andere Gewürze drin. Ich finde den super. Ja, mag ich. Oh, dann haben wir hier, also zu den Boxen, da haben wir jetzt noch ein paar, nicht mehr viele. Und dann kommen wir gleich schon zu den, äh, Cups. Und ich muss wieder meine Schwangerschaftsgurz, so ein bisschen mich da drunter jucken, so. Äh, ja, und dann haben wir noch die Cups. So, Jemmy Type. Da haben wir, äh, zum Beispiel, ähm, Zweier-Milz, ne? Dann haben wir große Tafeln, die zeige ich jetzt nicht. Dann ist, äh, die Box ist tatsächlich noch voller als gedacht. Ähm, und ich habe da aber auch, äh, so kleine, kleine Tafeln und so, ne? Das ist übrigens ein wirklich, ich finde, 1 zu 1 Dupe zum Sensi, ähm, Jemmy Time. Und, äh, zum Testen habe ich halt noch so kleine, ne? Und das ist so. Ich hatte den hier und habe das 1 zu 1 in dem Raum und in dem Raum angemacht. 1 zu 1 von der Intensität, alles. Ähm, sehr kuschelig und parfümiger Duft auf jeden Fall. Dann haben wir den Cozy Nights. Auch ein beliebter Duft. Da habe ich noch, upsie, eine Tafel. Ich changiere jetzt noch ein bisschen. Und Riegel über Riegel habe ich davon noch. Ja, weil es ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe davon halt ein bisschen was gegossen, ne? Cozy Nights ist halt, ähm, ihr kommt dann halt, ihr habt einen kalten Spaziergang hinter euch in der Nacht. Und, ähm, euer Mann gibt euch seinen Schal und dieser kuschelige Schal riecht nach ihm. Und so etwas stelle ich mir darunter vor. Jetzt kommt ein richtig toller Duft, wie ich finde. Und zwar ist das der Asian Green Tea. Der hieß früher mal, ähm, Green Tea, äh, grüner Tee und Bambus. Den habe ich dann umgenannt. Und da habe ich noch von Tafel, Riegel und Brittles. Und der ist schön. Mh, das ist für mich ein Wohlfühlduft ohne Ende. Ich persönlich, ich stehe aber auch voll auf grüner Teedüfte. Ja, das hier ist auch so ein Kandidat, der mich total überrascht hat. Und zwar der Lila Lutsch Bonbon. Hab ich auch noch, ähm, Habs von, zeige ich euch gleich. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier, ähm, Riegel. Und zwar duftet der wirklich wie diese Lila Pfeilchen Bonbons oder wie man die nennt, ne? Mh. Als hättet ihr dieses Bonbon, während ihr daran riecht, auf der Zunge liegen. Und würdet gerade diesen Puderzucker darunter lutschen, weil diese Bonbons, die sind ja so geloppelt. Und da drauf ist so Puderzucker. Oder auf jeden Fall ein sehr feiner Zucker. Und, ach, es ist wirklich eins zu eins nach dieser Kindheitserinnerung. Ja, und der letzte Duft aus den Boxen haben wir hier, ähm, Moroccan Amber. Boah, da habe ich zum Beispiel, ähm, ja, so sechs kleine Stücke in so einem Beutel. Da gibt es Tafeln. Ich habe gedacht, ich habe davon verschiedene Täfelchen. Also, auch relativ dick, ne? Und, ähm, aber in kleinen mit Herzchen. Ich glaube, ich habe davon aber auch noch eine andere, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich kann euch ja erstmal ein bisschen was über den Duft selber sagen. Auf jeden Fall Amber. Also, total Amber-mäßig natürlich wieder. Ein mega schöner Amber-Duft. Der erschlägt einem nicht. Also, intensiv ist er. Aber der erschlägt einem nicht. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr extrem parfümige Amber-Düfte. Aber der hier ist richtig schön ausgewogen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was Amber-Cup. Achso, genau, das sind die Cups. Das sind die anderen Tafeln. Das sind diese, ich sage jetzt mal, Steintafeln. Aber ich habe hier auch noch die Cups. Für die Leute, die es erstmal ausprobieren möchten. Ja, und das hier, ich habe mir jetzt einfach mal so pro Cup, was ich noch so habe, eins genommen. So, beginnen wir mit, ähm, ja, Vanilla Dream. Das ist ja der, ähm, Jasmin, ähm, Vanilleduft. Schaut so aus. Dann, mein Mr. G. Hatte ich euch auch her schon gezeigt, ne? Das Jupe-Jupe. Dann haben wir hier Eimathrose. Das ist ja der Le Mal. Hm. Sehr, 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 sehr gutes Jupe zum Le Mal übrigens. Dann, äh, Kaffee haben wir hier auch noch. Nicht ganz so hübsch, um ehrlich zu sein, aber, ja, aber total intensiv. Ähm, dann Cleopatra's Bad. Ein sehr schöner Honig-Milch-Duft. Pah, superschön. Dann, Vintage Lady. Hm, ein schöner, wirklich schöner, ähm, ich nenne es jetzt mal antiker Blumenduft. Richtig schön. Ähm, dann, Tea with Apple Pie. Ein Verkaufsschlager, äh, muss man ja sagen. Ähm, ein sehr krasser, also ich persönlich rieche da nicht viel Tee. Das soll halt nicht ein Früchtetee sein, den man daraus riecht. Aber, ähm, ja, schon sehr, sehr, äh, Tarte-Tarte-mäßig. Also, schon wirklich in die Apfelkuchen-Richtung. Ähm, The Real Alien. Ist für mich eins zu eins mein Alien, was ich auch als Parfum habe. Und dann haben wir hier noch den Rose Vanilla. Ja, eine ausgewogene Rosen-Vanille-Mischung. Ja. Nicht zu vergleichen mit Rose Valley, ne? So, dann haben wir hier die Kleine. Da haben wir das Lila Lutsch Bonbon. Wovon ich euch gerade erzählt habe mit diesem Zucker, den man runterlutscht. Mega. Boah, lecker. Ähm, dann. Lavendelzucker. Ist halt ein quietsche-süßer Lavendelduft. Aber sehr lecker, finde ich, riecht der. Ähm, dann haben wir hier den Candy Cane. Ähm, reduziert, ne? Ja, total Zucker-Stangen-Duft. Dann den Black Coconut. Das ist schön. Das ist schön. Mrs. Moneypenny. Das ist ja der Lady Million. Hm. Blazing Fireplace. Dieser Spaziergangsknister und das Lagerfeuer-Kaminfeuer-Duft. Dann haben wir hier. Der ist nicht schön geworden, aber ich habe den deswegen auch günstiger eh im Shop drin. Ähm, den Snow Globe. Weil mir sind die Herzen alle so ein bisschen abgesoffen. Aber ein sehr kühler Winterduft. Auch reduziert, ne? Bubblegum. Das ist so krass. Ich mache den auf und da kommt mir schon dieser, dieser leckere Bubblegum-Duft entgegen. Madame Gabriel. Das ist das Coco Chanel Dupe. Riecht super. Ach, ich habe euch gar nicht das Mädelsabend gezeigt, ne? Die Mädelsabend-Tüte. Die Mädelsabend-Tüte sieht übrigens so aus. Da sind sechs verschiedene Cups drin, die was mit Parfüm-Dupes, also Frauen-Parfüm-Dupes sind. Ja, sehr schöne Geschenk-Idee zum Beispiel. Da ist zum Beispiel nämlich drin, ähm, ja, was heißt das? Zum Beispiel ist Coco Chanel drin, da ist Classic drin, ähm, Dirty's Shoes, das ist das Jimmy Shoe, da ist, ja, Mrs. Moneypenny. Und noch ein Duft, den ich Solo gar nicht mehr habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht, hier kann ich das hier durch, vielleicht ist es genau der, der hier gerade oben ist. Ähm, der Manneke ist Classic. Ne, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall im Shop steht aber, welche Düfte da drin sind. Ja, dann habe ich hier, äh, Lavendel-Wood, habe ich euch ja eben auch schon gezeigt, ne. Ja, dieser krautige Lavendel mit Sandelholz. Ja, den Lonely Light, also diesen, ähm, ja, ähm, Tabak-Vanile-Duft von Tom Ford. Dann haben wir noch Library, das ist ja dieser, ähm, Bibliotheksduft. Ja, den habe ich euch auch noch nicht gezeigt, den habe ich nämlich nur als kleine Cups. Und zwar ist das Rosewood Meats Currant. Und der ist auch schön. Oh, und den habe ich mir auch schon in groß, also als großes Duftöl bestellt, weil ich den auch super schön finde. Oh, das ist so ein, ähm, so ein Johannes-Bär. Oh, mit Rosewood. Richtig toll. Dann habe ich schon Black Vanilla, habe ich auch noch Cups. Ähm, ähm, ja, Asian Green Tea. Dieser tolle, ja, Wohlfühlduft. Hier, dann habe ich noch die Farbe Lila. Genau, der ist übrigens auch noch in der Tüte drin. Das ist ein sehr, 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 sehr beliebter Duft von mir. Nee, das ist der, äh, das ist ein Dupe zum Ultraviolett. Richtig schön. Ähm, ja, hier ist ein Manikur. Das ist halt das Klassik-Dupe. Und kalt ist ja für mich irgendwo nichtssagend. Na, aber warm ist der einfach nur wundervoll. Ähm, dann haben wir hier die Nordlichter. Ähm, Eierlikörchen. Das ist ja, wie gesagt, mein Überraschungsduft. Boah, diesen Winter gewesen. Und dann haben wir hier noch drei und dann seid ihr mich los. Ähm, der ist übrigens, ich weiß gerade gar nicht, ob der auch reduziert ist. Vanilla Forest. Das ist, ähm, so ein spezieller Duft. Also Vanille mit, ähm, Wald. Jetzt nicht Hanenbaum oder so, ne? Einfach Wald. Ähm, krasser Duft. Dann haben wir hier noch Summer Breeze Pearls. Den habe ich ja in großen Cups und den habe ich auch noch in kleinen. So schaut er hier diesbezüglich aus. Ja. Ein Wäscherduft, ne? Auch von Lenore. Und der letzte ist dieser French Autumn Toast. Was ich eben gesagt habe, dass er ja, ähm, auf einmal mir gefällt. Mit so einem kleinen Donut. Ja, ist ein für Food-Liebhaber, ne? Food, food, food. Ja. Und das war's. Das sind meine Düfte, die ich generell noch habe. Von denen, aus diesem Video sind, weil von manchen nur noch vereinzelte Sachen da. Die sind dann reduziert. Und, ähm, auch von manch anderen sind noch relativ viel da, weil die im letzten Restock erst waren. Und ich davon auch gut was übrig habe. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal in meinem Shop vorbeischauen würdet. Und, ähm, ja, das eine oder andere, ähm, ausprobiert. Und, ja, und was ich, wo ich mich auch sehr drüber freuen würde, wenn ihr in meiner Facebook-Gruppe, wenn ihr den Facebook habt oder Instagram-Gruppe mit reinkommt. Es kommen immer wieder Umfragen oder sonst was. Ich beziehe euch da auch ein bisschen mit ein. Ähm, was ich so als nächstes gießen soll und so weiter. Ähm, ich fange schon an, ne, Mensch, Spucke sammelt sich. Ich hab Durst. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter Lava und Lava, ähm, die Kleine ist nämlich ordentlich am strampeln, ähm, verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und, ähm, ja, in der Infobox ist alles verlinkt, wie ihr meinen Shop findet. Bis bald. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020